Teilweise jahrelange Arbeit und Passion, wie fängt man damit an und was war denn überhaupt die Triebkräfte der Barriere dahinter? Also wie Nico das richtig gesagt hat, bei uns und bei ganz vielen, so der ersten Stunde YouTuber, war es wirklich so, nicht wie du es gesagt hast, ein Konzept, sondern erst mal, wir hatten Langeweile, saßen im Zimmer rum auf dem Dorf, ganz viele YouTuber kommen auch aus dem Dorf, weil da gibt es ja wirklich nichts zu tun, wenn man nicht 18 bis ein Auto hat. Und dann haben wir einfach gemacht von 2006 bis 2009, komplett ohne einen Cent dafür zu bekommen, Placements gab es auch nicht. Und dann gab es das Partnerprogramm, ich glaube, es ist 2008 gestartet, 2009, da waren wir dann zusammen und yes, wir wurden genommen, da war es auch eine Bewerbung, haben 20 Euro verdient in einem Monat und dachten uns, jetzt werden wir reich. Hat ein bisschen noch gedauert, das wurde dann so irgendwie 100 Euro, da wurde so ganz langsam immer mehr, aber das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit und dann haben wir gemerkt, okay, wenn wir jetzt wirklich nach der Schule Gas geben wollen, jetzt nicht mehr bei Mama wohnen, dann müssen wir jetzt schon versuchen, ernsthaft Geld zu verdienen und dann erst versucht, das quasi wirtschaftlicher zu denken, wie können wir das jetzt ein bisschen, ohne unser Gesicht zu verlieren, wie können wir das erweitern oder so ein bisschen, weil wir haben dann später ein Team uns eingestellt, da gesagt haben, okay, wir wollen schon mehr Qualität liefern, haben dann immer teilweise zehn Leute, die das mit uns gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir sind die, die am Ende drüber gucken und ohne uns geht nichts raus, aber wir können nicht mehr jeden einzigen Schnitt selber machen. Das war quasi eine eigene Form auch. Wir haben, genau, wir haben das dann so ein bisschen nach und nach eben, das, was irgendwie geklappt hat, wenn es ja nicht geklappt hat, haben wir gesagt, ey, dann wird es doch nicht mehr, das ist wieder zurückgefahren, wir haben alles irgendwie mal versucht, ein Buch und zwei Bücher, ein Album, ein Tour und so, immer so ein bisschen, was können wir machen, ohne dass wir unsere Kerngeschichte, was wir wirklich von Anfang an gemacht haben, drei Typen, die einfach Bock haben, von Comedy, von der Musik und dem Ganzen zu leben und damit am Anfang nur halt schon rumbrechen, wollten ins Fernsehen, haben gesehen, das bringt uns nichts, weil die uns abzocken wollten und deswegen haben wir gesagt, das ist immer noch wichtig und die ganzen Sachen waren ja einfach nur Mittel zum Zweck, um unseren Traum von der Comedy zu leben, und irgendwann haben wir eben das auch erreicht und deswegen war natürlich auch der Zeitpunkt dann richtig, um ein Titel zu sein, die Geschichte ist zu Ende erzählen, weil es geht um Geschichten, das war die Geschichte von drei Jungs aus dem Dorf, die einfach, die hatten viele gepackt, weil sich natürlich viele damit identifizieren können, das sind drei verrückte Jungs, das könnten auch meine Nachbarn oder Kollegen sein und das hat die halt gepackt und irgendwann war mir das gar nicht mehr so, weil man konnte sich gar nicht mehr so gut mit uns identifizieren, wenn wir immer nur auf Tour und alle kreischen und so, damit kann sich ja keiner identifizieren, deswegen muss man aufhören, wenn es am Schließen ist.